1, 2, 1, 2, 1, 2. Hört ihr mal? Kennt ihr das? Wisst ihr? Die letzten paar Jahre waren wirklich alles sehr, sehr schwierig. Umso wichtiger ist es, positiv in die Zukunft zu tauben. Das nächste Stück kann ich genau da fahren. Das macht es für mich absolut. Da ist noch eine Joy. Wir spielen jetzt für euch von John Lennon. Ihr habt es schon geahnt. Imagine. Das macht es schon geahnt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020